Samsung-Trick. Und der hat mich leider wirklich zum Weinen gebracht. Wenn du es auch nur für ansatzweise möglich hält, dass dein Handy mal kaputt geht oder verloren oder dass es geklaut wird oder dass du einfach vergesslich bist, dann pass gut auf. Erstens gehen deine Einstellungen und dort bei Konten und Sicherungen und bei externe Speicherübertragung kannst du dein Handy ganz unkompliziert an einen PC oder USB-Stick anschließen, um mit einem Klick ein Backup von deinem gesamten Handy zu machen, damit du bei Verlust noch alle deine Daten hast. Was ich aber noch viel, viel besser finde, ist zweitens, die neueren Samsung-Geräte haben im gleichen Menü auch das Sichern von Daten und das Besondere dabei ist, dass du eine 1 zu 1 Kopie deines ganzen Handys speichern kannst. Und Samsung gibt dir dafür unbegrenzt kostenlos Speicherplatz. Nicht so wie bei der Apple iCloud. Und dann kannst du auf wirklich jedem Gerät in deinen Samsung-Account einloggen oder auf einem anderen Samsung-Handy dein altes Handy 1 zu 1 wiederherstellen. Ich habe leider alle meine Fotos und alle meine Videos aus 2023 verloren, weil ich wieder mal meinen eigenen Trick nicht befolgt habe. Ich wünschte, das wäre ein Scherz und ich wünschte, das wäre frei erfunden. Sei nicht wie ich, folg mir und setz diesen Trick jetzt in die Tat um. Oder speichere das Video für später.